Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Taibu, zurück in Steelport, wo mein Handy klingelt. Meins auch. Hallo, hier ist Akamau und ich bin wieder auch dabei und wir haben uns irgendwie fusioniert. Richtig, und jetzt? Sieht das aus, als hätte ich zum BH. Für deine Man-Bubs. Brauche ich auch, toll, jetzt habe ich wegen der Anmoderation meinen Handy-Anruf verpasst. Das macht nichts. Oh, shiny. Ah, jetzt wollen wir in die Steuerung wieder reinkommen. So, ah, guck mal, die Drohne. Drohne? Ja, die Reaper-Drohne. Aber irgendwie ist mein Arsenal ziemlich leer. Mal gucken, was wir im Domizil-Arsenal so haben. Ne, ich habe eigentlich, ach ja, genau, ich hätte die Double-Pistol auch. So, erstmal schön wieder aus. Erstmal schön Fenster putzen hier. Ah, das nehmen wir so. Was haben wir hier? Ah, die nehme ich mit. Ja, ich habe gesagt, ich nehme die mit. So. Okay, ähm, ich werde mal. Ja. Hast du die mitgenommen gerade? Ups. Was habe ich mitgenommen? Ja, du, habe ich gepfiffen, oder hast du gepfiffen? Ich habe überhaupt nicht gepfiffen. Oh, ich kann Bargeld abholen. Wow. Wow. Ach, genau, das gab es ja auch noch. Aber ich habe keines. Oh, ich habe auch noch Verbesserung. Ach ja. Guck mal eine an. Fähigkeit Taschendiebstahl. Remble Leute an, um ihnen ihr Geld zu stehlen. Okay. Was haben wir noch? Das war's. Gesundheit. Oh, das Respekt. Oh, oh, der ist nice. Der nehme ich gleich mal. Oh, Schaden gegen Feuer. Reduziert. Ah, cool. Munition. Ja, warum nicht? Oh, für Sprengwaffen. Mehr Munition für Sprengwaffen, das ist immer gut. Für den größeren Boom-Faktor. Begleiter habe ich jetzt irgendwie auch gar keine Lust drauf. So, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Du hast doch einen Begleiter, und zwar mich. Richtig. Ah, Fahrzeuge kann man so anscheinend auch nichts banden. Naja. Boni. Oh ja, hier habe ich ja schon so ein bisschen was. Oh, ich habe nicht genug Geld. Ach so. Oh, ich kann nicht mal mehr Taschendiebstahl. Na, egal. So, also Auftritt. Oh, Bargeld. Ne, für mich wieder nicht. Oh, es gibt eine Kamera. Jetzt kann ich hier die Fähigkeit machen, Taschendiebstahl. Ach so. Gut. Alles klar. Warte mal, wie rennt man nochmal schnell? Was? Wie redet man schnell? Rennt. Ach so, ich wollte gerade sagen. Ich kann meinen eigenen Leuten hier das Geld nicht klonen. Schade. Wir haben auch nichts. Leben nur für uns. Ah, okay. Äh, ich werde... Ach man. Feitscher Knopf. Ja, ich wollte Tab drücken. Äh, Aufträge. Oh, T-Mos, abgreifen. Bei T-Mos kann man was abgreifen. Den will ich nicht abgreifen. Der ist schon abgriffen. Begib dich zu T-Mos Wohnung. Äh. Ja. Ich fliege hin, okay? Ich wollte, ja. Was nehmen wir denn? Oh, ich nehme den. Wo bist du? Äh, ich suche mir gerade ein Auto aus. Oh mein Gott. Ich warte dann mal unten vor der Garage. Ich habe... Hö? Äh, okay. Ja, was hast du? Na gut. Ich bin wohl anscheinend sehr beliebt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Hä? Was hast du? Ich habe hier eine dabei, die hat sogar größere Augen als ich. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Mensch. Ich schwöre es. Ich habe mit der nichts zu tun. Wer sind sie? Was machen sie auf meinem Moppet? Dass hier überhaupt noch Platz für eine zweite Person ist. Der das als Moppet das mitmacht. Kann das sein? Äh. Dass irgendwie die Game Sounds ziemlich leise sind. Dass... Ich höre hier fast nichts. Also bei mir ist alles super, glaube ich. Also abgesehen von jetzt, weil du das Spiel pausiert hast. Ah, ja, okay. Nein! Das war die falsche Taste. Ich wollte eigentlich... Aber dieser Hexenbesen ist echt nicht besonders schnell. Haben wir jetzt eigentlich Radio oder haben wir jetzt kein Radio? Ich wollte eigentlich auch kein Radio... Oh. Verdammt. Blaue... Also ich habe kein... Ich bin nicht, glaube ich, richtig. Einfach mir nach... Du hättest auch fliegen sollen. Hätte man Luftlinie sich bewegen können. Ja. Wow. 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 Das ist so lustig, ey. Und sie ist wieder da. Meine Güte, die ist echt anhänglich. Du hast Probleme. Nö, mir geht es eigentlich gerade ganz... Ich kann auch viel besser ein Willy machen, wenn sie hinten drauf sitzt, weil sie so fett ist. Also im Gegensatz zum... Ja, klar. Sie ist es. Ist klar. Ja. Ich bin nicht fett. Ich habe nur schwere Knochen. Woher dicke Knochen. Das ist ja. Oh, okay. Das ist ja. Das ist ja. Ja. Das ist ja. Das ist ja. Ich hab ein Auto. Ja, ich auch. Wo ist mein Besen? Was ist hier passiert? Was ist wo passiert? Huch. Was ist zu? Mein Besen hat ihn ja schlagen. Ach. Akamau, dass du auch immer, also, fahren, ne? Also, ich bin nicht gefahren. Man reitet einen Besen. Der kannst du noch nicht mal reiten. Naja. Ja, obwohl, du hast ja einen flachgelegt. Was? Weißt du? Ja, stimmt. Ja, richtig. Ah, hier, guck mal. Wo müssen wir hin? Die Typen umbringen. Welche Typen? Oh, die Bots sind hier. Die Bots sind hier genauso gut wie in GTA. Ja. Sollen wir die Nutten abholen? Verdammt. Ich habe so das Gefühl, ich werde aus dem Wagen gezogen. Ich glaube, wir hätten sogar aussteigen müssen. Wow, Alter. Damit wir sie irgendwie, können wir sie ja ansprechen oder sowas? Oh, oh. Hey, das hat sie überlebt. Jetzt ist sie tot. Na, hier sind doch noch zwei weitere. Hup mal. Warum steigen die nicht ein? Warum steigen die nicht ein? Hup. Äh, ich glaube... Zum Glück haben wir kein Cabrio. Keine Ahnung, warum die nicht einsteigen? Wie müssen wir die denn ansprechen? Gibt es dir irgendeine Aktionstaste? Keine Ahnung. Das ist ja wohl kaum. Du hast sie umgebracht. Ah, da steht es. Mit Anwerben. Ja, okay. Sag das doch gleich. Ja, keine Ahnung. Nein, nein. Nein, ich will doch nur ein... Los, ab geht's. Oh, Entschuldigung. Das Auto fährt von alleine. Es überfährt Leute. Ich kann gar nichts machen. Und der ist mir immer vor das Auto gerannt. Und du fragst mich, warum ich dich nicht veranlassen will? Was denn? Wir sind schneller am Ziel. Überfahrene Personen. 50 von 500. Was? Was? Ich habe hier. Ich habe hier. Verdammt, ich habe irgendwie die falsche Waffe. Ich stecke mal aus. ich habe sie schon alle drin ja komm ich muss auch noch ein müssen wir die vielleicht erst wegbringen weil der wagen jetzt voll ist naja ja ja brumm brumm das machen die hier nicht denn ein begleiter was bist dabei ein begleiter ach das ist die ach das ist die die mit dem molluskenwerfer da abgeschossen hast darum ach die findet wenigstens nach hausie das wäre voll praktisch so hier lang das bestimmt seit fünf sekunden schon okay vergiss es cool hast du es gesehen lustig lustig ich glaube dass der aufbau ist fast exakt das gleiche wie aus beam ng was ich gerade gefahren habe ach so aber das liegt vielleicht daran das ist ein beton bescheid das könnte natürlich auch sein so guck mal zwei abgeliefert weiter drehen haja gangster dauert voll lange jetzt auch einfach gut zurücksetzen können nein alter haben wir herbie redet mit uns was nein das nur halus guck mal hier steht es die noch rum weil die uns hinterher gelaufen ist egal ist das denn ich hab fahr was lasst die lasst die ist egal die mission geht auf zeit ja und ja und ja und ja und du ziehst das let's play voll in die länge ja und gekonnt ist eben noch mal länger was davon die na los na los na los meiner komm in mir wenn du leben willst ich glaube du meinst kommen mit mir ja was habe ich gesagt vorsicht ein schulbus nee ich glaube das war ein normaler muss oder ein wohnwagen bei der park bus platz da ich bin durch ja geil abgreifen geschafft das gab mal wieder richtig zum glück habe ich mal fünf prozent bonus eben gerade gekauft aber wir können es noch häufiger abgreifen oder hinten wird ein foto komm her mal foto ob sich habe ich umgeschubst jetzt wird er kein foto mehr naja jetzt wird er kein foto mehr machen können ich habe gesehen es gibt einen neuen auftrag wird sie mal starten taboo noch da noch 여름 wie ich hier hier ich hier hier ich hier hier hier